Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Heute wieder mal mit Algorithmen, Datenstrukturen und Python. Heute wollen wir den Insertion Sort Algorithmus, den Sortieralgorithmus, implementieren in echten Code. Wie gesagt, wir verwenden Python, weil es so aussieht wie Pseudocode und ich habe hier schon mal den quasi Code drumherum geschrieben, damit wir das Ganze auch testen können. Wir generieren uns hier einfach eine zufällige Liste mit 9999 Elementen von einschließlich 0 bis 99. Und ja, wir sortieren das Ding dann, aber aktuell sieht das Ganze so aus, es ist einfach nicht sortiert. Es wird einfach diese unsortierte Liste, die ja wirklich zufällige Zahlen enthält, also wirklich jedes Mal andere Zahlen, die wird hier jedes Mal einfach direkt zurückgegeben. Sollen wir natürlich ein bisschen besser machen und dazu haben wir den ersten Sortieralgorithmus, beziehungsweise heute glaube ich sogar den zweiten. Genau, und das wollen wir jetzt machen und zwar sagen wir erstmal, okay, unsere sortierte Liste, die ist erstmal leer. So. Und ja, wie gesagt, Insertion Sort ist eigentlich relativ einfach. Bedenkt bitte, wir bekommen hier oben die unsortierte Liste wieder und das heißt, wir sagen hier, okay, wir haben unser kleinstes Element, smallest nenne ich es jetzt einfach mal und das setzen wir auf Unsorted List von 0 erstmal, das ist völlig egal, wo wir das hinsetzen, aber wir setzen uns jetzt erstmal an das klein, oder an das erste Element der Liste, das ist offensichtlich nicht das kleinste Element hier, 626 offensichtlich schon größer als 176. Macht aber nichts, wir iterieren jetzt hier einfach mal durch. Und dann sehen wir auch, warum dieser Algorithmus wirklich nicht effizient ist, denn ja, wir bauen uns quasi alles neu. Das heißt, wir sagen hier, for i in unsorted list. Und da suchen wir uns jetzt einfach das kleinste Element raus, das heißt, if i, also wir gehen da quasi jedes Element der Liste einmal durch, wenn i kleiner ist als smallest, dann wollen wir selbstverständlich hier, dann speichern wir uns einfach dieses Ding in smallest rein, also sagen smallest ist gleich i und jetzt haben wir ein kleines Problem, wir müssen am Ende wieder wissen, welches Element wir eigentlich entfernen wollen aus der Liste. Das heißt, wir laufen jetzt hier erstmal durch und wenn wir hier fertig sind, dann sagen wir, okay, bitte entferne jetzt dieses Element aus der Liste. Jetzt, wie machen wir das? Es gibt in Python mehrere Varianten, um ein Element aus der Liste zu entfernen und zwar sagen wir hier unsorted list.remove, ja, dann können wir hier sagen, okay, smallest, aber was Python dann macht ist, es geht nochmal die komplette Liste durch und möchte dieses Element dann finden und dann erst entfernen. Das funktioniert, allerdings ist das langsamer. Es ist immer noch o von n², okay, daran ändert sich eigentlich nichts. Was allerdings ein kleines bisschen schneller ist, ist, wenn wir uns den Index auch noch speichern. Das heißt, wir sagen hier einfach smallest index ist gleich 0, ja, damit haben wir quasi das da und jetzt gehen wir hier einfach her und sagen, ähm, index, element, ups, l, lm, lm geht auch, in enumerate unsorted list. Damit wird quasi uns zusätzlich noch der Index bereitgestellt von Python und wir bekommen das einfach direkt mehr. Das ist viel angenehmer so. Das heißt, wir sagen hier einfach auch noch smallest index ist gleich, äh, index. Und ja, jetzt gehen wir hierher und sagen nicht, wenn i kleiner ist, sondern wenn das Element kleiner ist als smallest, dann ersetzen wir das und setzen den smallest Wert auf Element. So. Und dementsprechend removen wir das Element am Ende nicht einfach, sondern wir poppen es bei dem Index, okay. Ja, und ja, jetzt haben wir quasi das erste Element und das bekommen wir jetzt auch direkt in die Hand. Das heißt, was wir jetzt hier machen ist, wir fügen es in die sortierte Liste ein. Das heißt, sorted list.append und zwar unser smallest element. Wunderbar, aber jetzt haben wir das nur für das allererste Element gemacht. Was jetzt passiert ist folgendes. Ihr bekommt einfach ein Element in eurer sorted list zurück, wo quasi die 0 drin steht. Das bringt euch relativ wenig. Das heißt, wir müssen diesen Vorgang hier, jetzt sind wir quasi bei einer Laufzeit von n, okay. Jetzt müssen wir diesen Vorgang hier wiederholen und zwar, naja, so lange eben, bis die Liste unsortiert, also bis die unsortierte Liste keine Elemente mehr hat. Das heißt, wir müssen hier sagen, while die Länge unserer unsortet list größer als 0 ist. So lange wollen wir das machen und zwar appenden wir so lange immer das kleinste Element nach dem, was wir hier gerade gemacht haben. Wenn wir das jetzt starten, dann läuft das eine ganz schöne Weile, wie wir sehen können und das, meine Damen und Herren, ist n Quadrat, okay. Das ist Laufzeit n Quadrat. Ihr habt es gerade gesehen, ist nicht angenehm. Das sind nur 9999 Elemente und das war gerade Laufzeit n Quadrat. Es war eine spürbare Laufzeit. Und jetzt stellt euch mal vor, was passiert, wenn ich hier aus 9999, also quasi 10.000 Elementen, 100.000 Elemente mache. Dann geht das Ganze einfach deutlich länger. Denn es steigt nicht linear. Das heißt, wenn ich jetzt nicht, warte Sekunde, das können wir sogar messen. Also auf jeden Fall, wir sehen hier, wir haben das Ganze hier sortiert. Wir haben, das ist quasi jetzt einfach alles sortiert, 0, 1, 2, 3. Also wir sehen, es ist wirklich komplett sortiert und wir haben eigentlich jedes Element mindestens einmal drin, eher mehrfach, weil wir ja hier 10.000 Elemente drin haben von 0 bis 1.000, beziehungsweise 999. Also muss jedes Element eigentlich fast vom Zufall her mehrfach drin sein. Und wenn wir das jetzt hier noch kurz benchmarken wollen, dann werden wir was Interessantes feststellen. Das ist vielleicht gar nicht so uncool, wenn wir das jetzt kurz machen. Das machen wir mal. Und zwar sagen wir dann, wir wollen natürlich nur den Sortieralgorithmus benchmarken, okay. Wir wollen nicht das Generieren der Liste benchmarken. Das heißt, wir sagen hier, eine Startzeit ist gleich time.now. Entschuldigung, time.time heißt natürlich, wir sind ja in Python. Und am Ende sagen wir, Ende ist gleich time.time. Und dann printen wir aus, wie lange wir eigentlich gebraucht haben. Und zwar mit Ende minus Start. So, das interessiert mich jetzt kurz. Und ja, wir müssen das ein bisschen laufen lassen. So, wir sehen, wir brauchen viereinhalb Sekunden dafür, okay. Jetzt machen wir hier mal den Test. Wir brauchen viereinhalb Sekunden. Sekunden, das heißt, wenn wir jetzt hier nur 10% der Elemente drin haben, rechnen wir mit 0,45 Sekunden bei einer linearen Laufzeit. Das ist allerdings nicht ganz der Fall. Wir sind hier nur bei 0,038 Sekunden. Und das ist eben diese nicht lineare Laufzeit. Klar, im Hintergrund wird noch was geändert sozusagen. Aber wenn ich jetzt hier das hier mache, dann, ich lasse das mal kurz für euch laufen. Zumindest ein Teil lasse ich für euch laufen, okay. Ich pausiere euch auch währenddessen. So, wir brauchen offensichtlich 234 Sekunden. Das ist nicht Faktor 10. Ihr erinnert euch, wir brauchen 4,5 Sekunden. Das ist deutlich mehr als Faktor 10. Und das kommt einfach nur daher, weil wir hier nicht in n arbeiten, sondern eben in n². Das heißt, 10 mal so viele Elemente, nicht nur 10 mal so lange Laufzeit, sondern deutlich, deutlich länger. Und klar, man möchte immer lineare Laufzeit oder gar noch schneller sein. Dann hat man einfach doppelt so viele Elemente, doppelt so lange Laufzeit, kein Problem. Aber das ist in den seltensten Fällen wirklich möglich. Und bei Sortieralgorithmen ist es tatsächlich noch nicht möglich, hier tatsächlich eine lineare steigende Laufzeit zu haben. Aber wie ihr seht, die Anzahl an Elementen ist enorm wichtig. Und deswegen achtet man eben auch hier auf diese Laufzeit. Gut, das war es von meiner Seite. Kleiner Exkurs hier auch noch zusätzlich zum Coden. Und ja, kleine Praxislektion hier sozusagen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.